Amphitryon, ein Lustspiel nach Molière von Heinrich von Kleist. Worum geht es in Amphitryon? Der Feldherr Amphitryon hat fern vom heimatlichen Theben eine Schlacht gewonnen. Seinen Diener Sosias schickte als Vorhut nach Hause, um seiner Gattin Altmene von seinem Sieg zu berichten. Doch Sosias hat nicht aufgepasst. Es wird ihm bewusst, dass er über etwas berichten soll, was er nicht gesehen hat. Also denkt er sich Schritt für Schritt eine Erzählung aus und stellt sich vor, wie Altmene darauf reagieren wird. Dabei wird er plötzlich von einem Doppelgänger gestört, der dreist behauptet, selbst Sosias zu sein, und ihm den Zutritt zum Haus versperrt. Es ist Merkur, Götterbote, wie sich später herausstellt. Altmene hat eine Liebesnacht mit ihrem Mann Amphitryon verbracht, doch am nächsten Tag steht dieser vor der Tür und wundert sich, dass er von ihr nicht überraschter begrüßt wird. Sie wiederum kann nicht fassen, wieso er sich darüber wundert, wo sie doch gerade eine so beglückende Nacht zusammen verbracht haben. Auch hier ist, wie sich bald herausstellt, ein Doppelgänger am Werk, und zwar niemand Geringeres als der Gott Jupiter, der in der Erscheinung Amphitryons die irdische Altmene besucht hat. Die Konfusion, die Jupiter und sein Begleiter Merkur in Theben anrichten, ist riesig. Merkur prügelt und verwirrt Sosias und behandelt dessen Frau Kares rüppelhaft, sodass die Eheleute sich kaum wiedererkennen. Die Verwirrung seines Dieners Sosias sowie die Reaktion der eigenen Frau beim Wiedersehen lassen Amphitryon an seinem Verstand zweifeln. Altmene wird sogar in eine tiefe Identitätskrise gestürzt. Ihr innerstes Gefühl, auf das sie sich in Liebesdingen stets verlassen hat, scheint sie getrogen zu haben, wenn sie ihren Mann nicht mehr von dem Geliebten einer Nacht unterscheiden kann. Der Stoff Heinrich von Kleist hat den Stoff zu diesem Stück nicht erfunden. Er gründet in der griechischen Mythologie und hat eine lange literarische Tradition, die bis auf den römischen Komödienautor Plautus zurückreicht. Kleists unmittelbare Quelle ist das Lustspiel gleichen Namens von Molière. Streckenweise liest sich Kleists Stück fast wie eine Übersetzung des Molière-Stückes, im Ganzen aber hat es einen ganz eigenen Ton. Durch einige dazu erfundene Szenen weicht Kleist vollends von Molière ab. Diese Szenen zielen vor allem auf die innere Problematik von Altmene. Eigentlich müsste Kleists Stück Altmene heißen. Die innere Verwechslungstragödie der Figuren interessiert ihn mehr als die äußere Verwechslungskomödie. Dennoch enthält das Stück für uns Zuschauende, die nicht selbst die Nöte der Figuren durchleben müssen, komische Szenen, deren Komik sich eben aus den Verwechslungen und der allgemeinen Verwirrung ergibt. Molières' Komödie steht auf dem Boden des höfischen Absolutismus von Ludwig XIV. und behandelt eher Macht als Identitätsfragen. Kleist hingegen richtet den Blick auf das Innere der Figuren. Das Ich ist für Kleist nichts Fragloses mehr, sondern ein problematisches Konstrukt. Der folgende Dialog enthält seine Thematik in Miniatur. Wer da? Ich. Was für ein Ich. Und nicht Wer? Damit ist Amphitryon auch ein zentrales Stück für unser Spielzeitmotto Dazwischen Ich, das ebenfalls um die Frage der Identität kreist. Der Autor. Bernd Wilhelm Heinrich von Kleist wurde 1777 geboren und starb mit nur 34 Jahren von eigener Hand. In diesem kurzen Leben schrieb er Texte, die noch heute gelesen und aufgeführt werden. Novellen, Erzählungen, Essays, Artikel, zahllose Briefe und nicht zuletzt berühmte Bühnenwerke wie Der zerbrochene Krug, Das Kädchen von Heilbronn, Pennte sie leer oder eben Amphitryon. Das Schreiben war aber nur eine Seite seines Lebens, wenn auch eine existenziell wichtige. Von früher Jugend an musste Kleist auch versuchen, im bürgerlichen Leben Fuß zu fassen. Früh weise, väterlicherseits, mit 16 vollweise, durch seine Adelsfamilie für das Militär prädestiniert, in das er auch früh eintrat, befand er sich auf einer ständigen Suche. Weder der Kriegsdienst, noch die Verwaltung, noch das Studium konnten ihm eine dauerhafte Perspektive bieten. Ebenso wenig gelang es ihm, die Verbindung mit seiner Verlobten Wilhelmine von Zenge aufrechtzuerhalten, mit der er vor allem einen ausgedehnten Briefwechsel unterhielt, indem er sich als ihr Erzieher inszenierte. Auch der Traum, Bauer zu werden an einem Schweizer See auf den Spuren von Rousseau, war nur von kurzer Dauer. In verschiedenen, oft bewusst verrätselten und zum Teil bis heute rätselhaft gebliebenen Missionen reiste er kreuz und quer zwischen Deutschland, der Schweiz und Frankreich umher, ein Bild für seine innere Getriebenheit und Unruhe. Nur das Schreiben war und blieb die Kontinuität seines Lebens, doch es war nicht die Zeit, Schriftstellerei als Brotberuf zu betreiben. Er fand Förderer seines großen Talents, etwa den älteren Schriftstellerkollegen Christoph Martin Wieland, aber auch Kritiker mit nachhaltiger, fataler Wirkung, namentlich Goethe, der die Begabung des Jüngeren wohl spürte, dessen Stücke aber zerpflückte. Nur wenige Zeitgenossen hatten Verständnis für das Extreme seiner Dichtungen, manche fühlten sich davon abgestoßen. Er war einer, der zwischen den Zeiten stand, kein Aufklärer, kein Klassiker, kein Romantiker oder etwas von all dem und doch etwas Eigenes, ein Radikaler in vielerlei Hinsicht. Form und Sprache Amphitryon ist im Vers der deutschen Klassik geschrieben, dem Blankvers, einem reimlosen, fünfjährigen Jambus. Kleist handhabt diese Form extrem virtuos. Er kann mit Hilfe der Verse die Gedanken und Gefühlszustände der Figuren nachbilden. So sind die Verse mal abgehackt, mal atemlos, mal schön fließend und strömend, je nach der Figur, die gerade spricht, und dem Zustand, in dem sie es tut. Die Arbeit an der Sprache selbst, die Figuren aus der Sprache entstehen zu lassen, war ein wichtiger Teil der Probenzeit. Für die Inszenierung wurden nur ganz wenige Stellen durch kleine Veränderungen verständlicher gemacht, andere verknappt. Der dritte Akt, in dem eigentlich eine Schar Feldherren auftritt, um Amphitryons Identität zu beglaubigen, wurde stark gekürzt und auf die Hauptfiguren fokussiert, Alkmene zwischen Jupiter und Amphitryon. Aus verschiedenen Gründen weggelassen wurde der aus heutiger Sicht zynische Männerdeal, in dem Jupiter Amphitryon gewissermaßen als Trostpreis für den erlittenen Ehebruch seiner Frau, die Geburt des Halbgottes Herkules, ankündigt. Zu Inszenierung und Bühne. Der Schweizer Regisseur Felix Prader, der von der Berliner Schaubühne bis zum Wiener Burgtheater schon an vielen großen Bühnen gearbeitet hat, inszeniert nun zum dritten Mal am Theater Baden-Baden. An Amphitryon fasziniert ihn die Leichtigkeit, mit der Kleist abgründige Themen behandelt. Das Stück führe uns, sagt er, auf eine Reise in die Ferne, bei der man wieder bei sich selbst ankommt. Es behandelt in etwas entrückter, märchenhafter Form Themen, die uns alle betreffen. Wer bin ich und was macht mich aus? Wodurch bin ich unverwechselbar? Woran erkenne ich meine Liebste, meinen Liebsten? Mit meinem Verstand, meinen Sinnen, meinem Gefühl? Kann ich überhaupt immer sicher sein, dass mein Gegenüber der oder die ist, die ich meine? Das Lustspiel Amphitryon führt uns vor, wie wir uns täuschen können in dieser Gewissheit. Natürlich begegnen uns in unserem normalen Leben keine Götter, die uns hinters Licht führen, indem sie die Gestalt unserer Partner annehmen. Dennoch könnten wir uns täuschen, wenn wir glauben, uns selbst und unser Gegenüber zweifelsfrei zu kennen. Die Inszenierung Felix Praders konzentriert sich ganz auf die Sprache Kleists und auf die Figuren. In einem leeren, nur durch eine in unterschiedlichem Licht erglänzende Wand begrenzten Raum begegnen sich die sechs Protagonisten des Stückes, zwei menschliche Paare, das eine Herren, Alkmene und Amphitryon, das andere Bedienstete, Kares und Sosias. Zu dieser zweigeteilten menschlichen Ebene tritt wiederum die Ebene der zwei Götter ins Verhältnis, Jupiter und Merkur. Die Parallelen und Kontraste, die sich zwischen den verschiedenen Ebenen ergeben, halten das Stück in einer Balance aus Komik und Tragik und machen aus ihm ein komplexes Kunstwerk. Lassen Sie sich in einer puristischen Inszenierung davon verzaubern. Untertitelung im Auftrag des ZDF,